Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir an die ZonTLP. Ja, heute mal mit einem mit Luca, sprich Schleim-HLP. Ah, beiner sehe ich. Nein, Ruf, ich werde noch nicht schlagen. Wieso schlagst du mich denn? Gar nicht Lust. Schnell, ich muss schnell wieder machen, dass man alles sieht. So, hier, Schleim-HLP, ja. Ich habe mir überlegt, Alter, du hast mich fast runtergebracht. Vierer und halb Herzen. Sorry, nur gerade drühe und halb. Ah ja, und die Regel sind so, drei Leben, sprich dreimal sterben und dann dreimal gestorben, bist du raus. Und wie würde ich regenerieren? Mit Lüftführer oder Hightrank. Okay. Warte, weil das ist jetzt ein bisschen mein Ziel, wo wir uns gegenseitig geschlagen haben. Da mache ich noch etwas. Sollten wir regenerieren. Warte schon. Wo hast du Karotten, Herr? Keine Ahnung, Kiste. Ich habe nicht einmal etwas zu fressen, ich regeneriere gar nicht. Warte schon. Warte schon. Ich bin nämlich in der Leere. Ist ja klar, ich habe auch wenig Hunger. Warte schon. Das LP läuft schon. Also, ja. Ähm. Was macht man großverlust? Ich habe nichts. Ich habe doch ein wenig Steine nicht gehört. Wenigstens steigen wir. Ich habe das Holz eigentlich keine mehr, ich bin pleite mit Holz. Ja, also ich baue den mal an meinem Haus, wenn du willst, kannst du auch dein eigenes. Ja, warte, jetzt brauche ich erstmal Holz, du kannst mich steigen wenigstens. Habe ich schon. Ich habe mir die Hälfte anhand der Hände für dich eingesammelt. Ähm. Dann schmeiße ich das rein. So. Okay, danke. Ich baue den mal weiter beim Haus. Ja. Ähm. Ja, dann gehe ich mal zu deinem Crafting setzen. Also du hast ja wahrscheinlich einen, oder? Adrian. Nein. Habe ich nicht. Adrian. Nein. Alter, ich habe eine Karotte. Äh, jetzt muss ich wieder Hardcore reinmachen. Zack, aus mit dem. Nein. Äh. So. Scheiße, ich habe eine 20... Ah nein, das ist im Stöck. Ah, okay. Jetzt musst du den Bogen. Hm, was mache ich denn? Das kann man mal... Ah ja, willst du eine Schalplatte? Hm? Willst du eine Schalplatte? Äh, was bringt mir das? Weiss nicht. Okay. Äh. Ich habe eben so ein... ...zombies-Bronner gefunden, den ich dir aus dem Mob fallen würde bauen. Äh, man sieht es schon, ich habe noch einen anderen Skin. Ich habe mich von so überlebt, jede Folge eine andere Skin. Also in diesem Projekt. Und ja, wenn ihr mir das nächste Mal ein Like gebt, schreibt und in die Kommentare bitte noch euer Name. Dann kann ich euch in der nächsten Folge dafür danken. Äh, äh. So, ich baue jetzt mal ein bisschen weiter mit dem Haus. Okay, ich bin ausgelöstet. Was machen wir denn da oben? Machen wir da nochmal so die Lager. Hey. Ja, zack. Mhm. So. Ja, dann gehe ich mal den Chef besuchen und den Wohlen. Dann schmeiße ich mal alles. Außer Kohle. Ah, das ist nicht oft gewonnen. Holzpalti mal. Das ist ein Schwein. Was ist Schaf? Das aussieht wie so Sushi. Das ist ein komisches Irgendwas. Ja, komisches Irgendwas klingt immer gut. Ja, wo ist der Stein hier? Ich brauche Wohlen. Ich suche Wohlen. Oh, Flug. Ähm, 7. Das ist dein erstes Projekt, das du hast. Ich brauche Wohlen. Okay. Ähm, zack, 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 zack. Okay. Ein Ofen. Ein Ofen, ein Ofen, ein Ofen ist geil, es sind so... Weißt du? Ah, nein, warte. Was ist das? Ein Ofen, ein Ofen ist geil, es sind so eine Zeitbombe. Okay. Ich finde das hat schon gepackt. Geile Animation, komm mal dahin. Okay. Was hast du bald? Einen Ofen. Okay. Du musst mal auf die Tür schauen. Zuerst ist sie ja so. Das ist noch gar nicht in meinem Haus. Ah, das war ein Villager. Mit Marihuana im Kopf. Die Tür von diesem Ofen ist jetzt so nach links. Wenn ich jetzt aber Kohle rein tue und etwas brate, geht sie nach rechts. Ah, cool. Jetzt geh raus. Okay. 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 Ähm, welchen sonst sollt ihr? Ich suche da eine Suche von denen. Dann baue ich die Zeit und dann ist mir gleich. Okay. Ist mir egal. Nach einer Druckplatte werde ich mir gleich craften. Okay. Okay, dann werde ich da wohnen. In einer schönen Bibliothek. Ist die ganze Bibliothek? Nein, also keine Bücher. Schon. Okay. Hast du die Bibliothek? Ähm. Nein. Okay, dann ist die Bibliothek. Wieso? Was ist das Haus? Das Pinnerhaus? Leckerlich. So. So. Vielleicht mal nur meinen Startpunkt aus der Karte festlegen. So. Die Karte sieht aus so einem Computer. Computer? Ja, genau. So schön aus. So. Was bauen wir denn nach dem Haus? Kannst du kurz nachts machen, dass ich mich an ins Bett hier liegen kann? Oh gar nein. Wir sind da gerade im Let's Play. Da kann man doch nicht das machen. Es wird eh gerade nachts. Ja, also da. So. Ich baue schon mal da die Wand weg. So. Und baue schon. So. Wie. So. Von mir woher das Pern. Schön. So. Das war jetzt nur nötig, dass ich die Farbe bekomme. Also ich brauche nicht mehr... Da ist das... Hast du zufällig gekonnt? Ja, ein bisschen. Kannst du mir vorgeben? Ja. Du bist nicht einfach dunkel wie es? Ja. Schmeiß schnell, ich schmeiß das vor der Huseingang. Danke. Bitte. So... Äh, was habe ich jetzt mal wieder gemacht? Nein. Ja, ich habe voll viel Fleisch, Eissrott, Schweinefleisch. Boah. Ich bin so erfolgreich. Ich... Äh, ist nicht nacht. Doch. Äh, ich habe nicht geschlafen. Also okay. Nein. Dort verbunden, entüber wie spät. Was denkt er, wer da ist? Das Schweinefleisch ist einfach ein Würstchen. Ja, so Hotdox. Wirklich. So. Ich sage, jetzt habe ich ein Druckblatt gebaut, obwohl ich schon keine Kiste habe. Das ist der. Ich brauche mich nicht rein. Also man sieht jetzt schon mal, wie mein Haus am Ende sollte sein. Ja, ähm, nur so zu sagen, für meinen Kanal ist das meine erste Folge. Aber wenn ihr dort gesehen werdet, aber einfach mal so zu sagen. Ja. Ja, ich sehe ihn jetzt halt gerade auf meinem Timer. Es sind schon 10 Minuten rum. Ja, ich mache jetzt noch bis zu 11 Minuten. Oh, das würde ich persönlich, ich weiss nicht, ob der Schleim-ULP nachher noch ein bisschen länger dauert. Ja. Immer essen. Ja. Ja. Okay. Was ist das alles? Ähm, ja. Also ich gehe jetzt noch bis zu uns und dann würde ich mich verabschieden. Ja, also. Das war's dann auch für meine Folge. Danke fürs Zuschauen, weil ich mache die Ämle gegoben. Ja, wenn es euch gefällt, ja. Lasst doch einen Like da und vielleicht mal noch einen Kommentar, was ich besser machen kann oder was ihr gut findet. Ja, dann würde ich sagen, tschau und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Gute Zeitung.